Es ist in vielen Bereichen, wenn es um Bürokratisierung geht, eine überbordende Bürokratie vorhanden, die natürlich die Unternehmer hemmt und auch die Entwicklung hemmt. Wir bewegen uns da generell in vielen Bereichen in einem viel zu engen Korsett. Und das bremst natürlich die Wirtschaft, auch bei der Abwicklung ihrer Aufträge. Und gerade jetzt auch, wo die Wirtschaft anzieht, muss auch der Staat, ich sage ganz bewusst, diesen Rückenwind nützen. Und genau hier wollen wir den Beitrag dazu leisten, damit wir wieder vom Mittelfeld in Richtung Spitze empor kommen. Und da gibt es ja viele Beispiele, die man da vielleicht skizzieren kann, ob das jetzt das Putzpersonal betrifft, das unterschreiben muss, dass es das Putzmittel nicht trinken darf.